Was zahlen sie für einen Rat, wie man sein Geld anlegt mit Nutzen? Was du Geld, lass es nicht bei dir im Sack, geh zu den Menschen und seh es aus. Das ist ein Acker, der dünnt sich mit Blut. Na, wächst etwas, da kommt etwas voraus. Das produziert die Krone des Gewinns. Zins und zins ist zins. Zuerst kommt das und dann kommt nichts danach. Für dich schließt sich des Lebens Bilderbuch. Du schlägst nur pünktlich den Kalender auf und liest Termine und du liest genug. Das kalkuliert die Krone des Gewinns. Zins. 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 Und zins ist zins. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Do whatever you want